Hallo Leute, mein Name ist Hotzasee und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und ich kann euch sagen, es ist gut wieder hier in dieser Welt zu sein. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich noch eine andere Serie auf Englisch laufen. Und da habe ich mir den Challenge gesetzt, keine generierten Blöcke zu brechen, was natürlich besonders den Anfang etwas mühsam macht. Aber ich war hier in der Zwischenzeit etwas aktiv und habe etwa ein Viertel des unteren Teils unseres Bergs aufgefüllt. Und es fehlt noch Detail und besonders hier die Kante, der Übergang zwischen Stein und Erde. Das sieht noch furchtbar aus. Aber die Details kommen später. Heute werden wir unseren Lagerboden, den wir letztes Mal gebaut haben, mit Kisten bestücken. So, dass wir unsere diversen Kisten, die überall rumstehen, ordentlich einsortieren können und so richtig loslegen mit Sammeln und Craften. Nun ist es an der Zeit, ein paar Kisten zu platzieren, dass wir unsere Goodies auch lagern können. Und wir machen das in Doppelkisten. Hier eine Reihe bis ganz da nach hinten. Und ich denke, wir können sogar noch hier eine Reihe machen und das Ganze verdoppeln. Und wir werden dann das hier drei Kisten hoch stecken, sodass wir genügend Platz haben, um unsere Items zu lagern. Und wenn wir bis hier oben voll sein sollten, können wir immer noch reingehen, drei Reihen rausnehmen, in eine Schalkerbox reinpacken und die Schalkerbox wieder zurückgeben. Dann hier auf dieser Seite, da werden wir ein etwas anderes System haben. Und zwar, da drüben lagern wir pro Reihe, also pro drei Doppelkisten, ein Itemtyp. Und in diesem hier werden wir mehr als einen Typ speichern. Was aber auch heißt, wir können die nicht so Seite an Seite platzieren, sondern wir müssen hier Raum lassen. Denn der Sortiermechanismus geht da nach hinten, beziehungsweise von hinten nach vorne. Und sortiert so, während das auf dieser Seite so sortiert. Ich kann das vielleicht nicht gut genug erklären. Darum denke ich, wir springen zum nächsten Teil, wo das ganze Layout etwas besser funktioniert. Und da haben wir es Leute, hier auf dieser Seite zwei lange Reihen, drei Module, je mit Lagerkissen. Der Input wird ganz da hinten sein. Dann fließen die Items hinten durch, dann vorne durch, werden in diese Kisten sortiert, sofern eine Kiste gefunden werden kann, die das passende Item enthält. Und dann geht es da rüber auf diese Seite. Und diese Module sind orthogonal angeordnet. Das heißt, die Items fließen dann nach hinten und wieder nach vorne. Einmal rüber, wieder nach hinten und wieder nach vorne. Und werden hier so sortiert, sodass wir, ich glaube, pro Reihe haben wir dann 16 Module, die wir sortieren können. 18, 18. Und das geht sich gut, weil hier werden wir Dinge haben, wie die verschiedenen Glasfarben, Terracotta, die verschiedenen Farben, von denen wir ja alles 16 Stück haben. Hier sehen wir ein Sortiermodul, da kann ich das besser erklären, wie das funktioniert. Hier oben haben wir den Hopper mit dem Eingang. Dahinter ein Comparator mit drei Redstone-Blöcken dahinter, ein Repeater und eine Redstone-Torch. Die Redstone-Torch ist an, powert diesen Block, was heißt, dass dieser Hopper hier derzeit blockiert ist. Das seht ihr auf der rechten Seite, rot, enabled false. Dieser hier oben, der ist true. Dieser ist nicht blockiert. Und das, was wir jetzt hier machen, der Comparator kann 16 verschiedene Signale auslesen. Und das heißt, je nachdem, wie viele Items hier drin sind, gibt es eine unterschiedlich starke Signalstärke. Und wenn wir jetzt hier insgesamt 41 im ersten Slot, das ist unser Block, den wir einsortieren wollen. Und dann haben wir hier in den hinteren vier Slots ein Item, das wir nicht sortieren. Typischerweise ist das ein Item, das wir umbenennen, sodass wir sicher sind, das geht nie durch das System. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel sowas haben, dann habt ihr gesehen, okay, da sind wir einen Block runter, weil die Signalstärke nicht mehr stimmt. Und sobald wir hier 41 drin haben, also insgesamt 45 Items, dann haben wir Signalstärke 2. Wenn mehr Items hinzukommen, steigt die Signalstärke und wir powern diesen Block hier hinten. Dann über diesen Repeater wird dieser Block gepowert und die Fackel hier unten löscht aus. Und dieser Block ist nicht mehr blockiert oder dieser Hopper und die Items können nach unten durchfließen. Und wie ihr da oben seht, sind die Module so angeordnet, dass sie Rücken an Rücken sind. Das heißt, hier in der Mitte berührt sich der Redstone. Und das gleiche gilt eigentlich auch seitwärts, denn die Module sind Seite an Seite und wir haben ein Modul neben dem anderen. Und das coole an diesem Setup ist, egal wie viele Blöcke wir hier im ersten Slot drin haben, denn in die hinteren vier, da kann ja nichts rein, weil da sind Items, die garantiert nie durch unser System gehen. Das heißt, maximal können wir 64 Items haben oder 16, wenn das Item nur bis 16 steckt. Aber das heißt, wir können nie ein Signal rausbekommen, das stärker ist als 3. Ihr seht, diese Redstone-Linie ist nicht gepowert und hier haben wir gerade noch Power 1. Das heißt, somit können wir die Module Seite an Seite platzieren und auch Rücken an Rücken. So Leute, eigentlich wollte ich in dieser Folge mehr erreichen, als wir hier haben, aber ich denke, der Fortschritt lässt sich dennoch sehen. Und in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, wie die Items, die Blöcke in das ganze System reinkommen und was wir mit dem Rest machen, den wir hier nicht aussortieren. Ich habe hier die ganzen Kanäle verbunden, somit sollte das erledigt sein. Und hier im Hintergrund könnt ihr auch sehen, seit dem Anfang der Folge habe ich auch da ein bisschen Erde verlegt, effektiv die ganze Erde, nichts mehr übrig. Der hintere Teil, der ist noch nicht fertig, aber da bin ich ja nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Und ratet mal, was wir in der nächsten Folge machen. Genau, wir machen hier weiter, wo wir heute aufgehört haben. Also bis zum nächsten Mal und Tschüss!